Das ist das einzige Standortzimmer, was frei ist, oder? Ja, das ist aber ein normales Deluxe. Ja, das Standort ist etwas, genau. Die Plage, die Sprüche, die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein. Ja, ist ja logisch. Ja, ist ja logisch. Schöne Zimmer. Super schön. Habe deine Papen. Schöner Sitzel. Wo ist die Akteile? Und da kann man schön raus auf die Einlage schauen. Hier sind wir noch das Saughaus. Die Auffahrung. Und hier sind mal die ganzen Birnen. Hier über die Deutschen Veranstalter. Ich glaube... Ich habe mir gedacht, dass sie nicht in der Bahnen zusammen sind. Für Kinder ist das mit den Alten. Ich habe lieber etwas gemacht. Ich habe lieber gesagt, dass sie nicht in der Bahnen zusammen sind.